Du kannst mit der richtigen Methode Deutsch lernen. Deshalb habe ich in der Authentic German Learning Academy ein Schritt-für-Schritt-System für dich entwickelt. Was genau ist das? Lass es uns gemeinsam anschauen. Sobald du beitrittst, hast du Zugang zu mehreren Kursen wie interaktive Videolektionen, deutscher Satzbaum – einfach erklärt, deutsche Geschichte auf den Spuren der Germanen, die schönsten Orte Deutschlands und wie du fließend Deutsch sprichst. Dies ist mein Kurs über die deutsche Satzstruktur. Du musst nicht diesen wählen. Du kannst dir einfach das Thema auswählen, das dich am meisten interessiert, wie persönliche Entwicklung, deutsche Kultur, deutsche Geschichte oder was dir am meisten Schwierigkeiten bereitet, wie bestimmte Grammatikthemen. So, lass uns anfangen. Wir sehen jetzt die erste Lektion. In diesem Kurs wirst du selbstverständlich explizit Deutsch lernen, aber du lernst die deutsche Sprache auch implizit und automatisch in allen Kursen. Du möchtest natürlich nicht alles auswendig lernen, sondern auch Deutsch sprechen können, ohne viel nachdenken zu müssen. Hier kannst du zuerst die vollständige englische Übersetzung lesen, wenn du Anfänger bist. Aber du hast hier auch Deutsch und Englisch nebeneinander. Auf dem Handy sieht es so aus mit verschiedenen Farben. Lies den Text, um deine Lese- und Schreibfähigkeiten zu üben. Du lernst, wie die Wörter geschrieben werden und wie sie in einen Satz eingefügt werden. Dies ist die Version mit Deutsch und Englisch. Wenn du die deutsche Version möchtest, kannst du hier wechseln. Während du liest, kannst du zuhören und dein Hörverständnis verbessern. Je nach deinem Level kannst du hier die Geschwindigkeit ändern. Für Anfänger oder bei schwierigen Lektionen kann das Abspielen mit halber Geschwindigkeit eine willkommene Abwechslung sein. Ich möchte dich ermutigen, dich selbst herauszufordern und die Geschwindigkeit zu erhöhen, wenn es zu einfach wird. Das Hören der Audiodateien hilft dir auch, besser Deutsch zu sprechen. Je mehr du hörst, desto besser kannst du sprechen. Fängst du an zu verstehen, wie wunderbar dieses System ist? Du liest und hörst einfach und tauchst dabei in die Sprache ein, während du alles Mögliche lernst. Wenn es einmal zu schwer oder zu leicht wird, verlangsamst du das Tempo einfach oder erhöhst es. Fantastisch, oder? So wird das System immer hilfreich für dich sein, egal auf welchem Level du bist. Wenn du wie ich bist, dann bist du sehr beschäftigt. Wer hat schon Zeit? Nun, nachdem du einen Kurs absolviert hast oder wenn du dich zuversichtlich fühlst, kannst du alle MP3s herunterladen, kostenlos und sie unterwegs hören, während du dein Abendessen zubereitest, während du die Wohnung postst, bei jeder Aktivität, bei der du dich nicht auf eine bestimmte Aufgabe konzentrieren musst. Und der Text? Du kannst alles kostenlos als PDF, Epoch oder Mobi-Datei herunterladen und auf deinem bevorzugten E-Book-Reader lesen, zum Beispiel im Bus oder Zug. Ich gehe hier ein Risiko ein, weil du einfach alle Dateien herunterladen könntest und Bye-Bye sagen könntest. Nun, ich verlasse mich auf dein Wohlwolle. Außerdem füge ich der Akademie ständig mehr Kurse hinzu. Deshalb möchtest du vielleicht bleiben, weil du auch Zugang zu allen neuen Kursen hast. Wie viel kostet die Mitgliedschaft? Nun, ich nenne es eine Investition, weil es eine Investition ist. Es ist eine Investition in dich selbst, in deine Ausbildung, in deine Zukunft. Und dafür ist es eine sehr kleine Investition für so einen großen Nutzen. Nur ein Euro pro Tag. Das ist praktisch nichts. Eigentlich sagen mir meine Freunde, dass es zu niedrig ist und dass die Leute vielleicht denken könnten, dass der Beitritt keinen großen Wert hat. Nun, ich sage zu ihnen, nein, ich möchte, dass es sich auch Leute leisten können, die nicht viel Geld haben. Reiche Leute können mir immerhin spenden, wenn sie wollen. Aber ich möchte, dass es für jeden möglich ist. Ich möchte, dass jeder die Möglichkeit hat und die Gelegenheit, diese Akademie zu nutzen. Leute, das ist eine echt fantastische Gelegenheit. Lass uns mal nachschauen. Lass uns mal Deutschkurskosten googeln. Okay, lass uns auf das erste Ergebnis klicken. Wow! Da siehst du es. Du kannst für so eine hohe Summe eine lange, lange Zeit Mitglied der Akademie sein. Aber ich möchte gar nicht, dass du lange Mitglied bleibst. Ich möchte, dass du so schnell wie möglich Deutsch lernst. Mit einer monatlichen Gebühr gebe ich dir einen zusätzlichen Anreiz, die Zeit zu investieren, die du investieren musst, um Deutsch zu lernen. Ich habe bereits Kurse gekauft. Möchtest du wissen, in welche ich tatsächlich Zeit investiert habe und von denen ich etwas gelernt habe? Genau! Diejenigen, für die ich regelmäßig bezahlen musste. Ich möchte dich auch einladen, deine Opportunitätskosten zu berücksichtigen, da nichts kostenlos ist und da alles Kosten hat. Du könntest Deutsch in Anführungsstrichen kostenlos lernen, das heißt ohne Geld, aber deine Zeit ist wertvoll. Ich sehe das sehr oft. Deutschlernende, die frustriert sind, Leute, die seit Jahren lernen, Leute, die aufgeben wollen. Bitte berücksichtige die enorme Chance, die du hier hast. Nimm zum Beispiel die interaktiven Videolektionen, von denen ich selbst sehr begeistert bin. Dir gefallen vielleicht meine Videos, aber stell dir nur vor, wie viel mehr du lernen wirst, wenn du mit dem Inhalt interagieren könntest, der dir präsentiert wird. In einem meiner interaktiven Videos kannst du Quizze über den Inhalt lösen, sodass du dich viel besser daran erinnern kannst. Wenn du immer noch Zweifel hast, wenn du aus irgendeinem Grund noch nicht überzeugt bist, ruf mich an! Ruf mich an! Ganz ohne Verpflichtung! Gemeinsam werden wir herausfinden, was der nächste Schritt für dich ist und was du jetzt tun musst, um Deutsch viel effizienter zu lernen. Wenn nötig, bekommst du von mir sogar eine Alternative zur Akademie oder einen Rat, der dir viel Zeit spart, denn ich möchte wirklich, dass du erfolgreich bist! Ich freue mich darauf, dich in der Akademie zu sehen oder mit dir zu sprechen. Beides! Klicke auf den Link unten, um mitzuwachen oder den anderen, um einen Anruf mit mir zu fragen. Bis dann! Tschüss!